Liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu Rainbow Six Siege. Ja, letzte Folge haben wir verloren, weil der Curry einfach als Blitz gar nicht so ein guter Spieler ist, wie wir festgestellt haben. Er wird voll versagt. Ja, auf ganzer Linie. Wir haben ja gesagt, nimm doch mal eine andere Klasse. Ja. Schön, dass ihr dabei seid bei einer neuen Rainbow Six Ranked Folge. Mit dem Tobi, mit dem Bronzo, mit dem Peizet und natürlich mit dem El Currywurstdo a la Zündos. Ja, geil. Ja, Zappelwurst. Heftig, deftig, würzig, gut. Das ist Curry. Und man kann ja bei Rainbow Six, weil es so gut gepasst, schon mal ankündigen. Bald gibt es ein neues FIFA-Video. Und zwar Re-Night. Und das spielt auf einer Yacht. Oder wir haben uns gegenseitig abschießen. Im Schnee. Eben, das ist was für you in Rainbow Six. Und wir haben tatsächlich einen Stargast. Ihr werdet es nicht glauben. Frisch aus Kleve eingeflogen. Doren, Dorissens Vater, Bernie of the Life. Freuen mich schon. So, wo haben wir denn das Ziel heute? Wollen wir das mal finden? Na, lass das mal finden. Was man mal erzählen kann, ja gerade mal ein bisschen, während der Tobi eben in die Sattkasse fährt. Ja. Nein. Was ist hier oben? Ja, das weiß ich sehr aber gar nicht. Hey, was ist denn oben, Patrick? Jetzt sag doch mal. Ja, ich weiß nicht, wo ich war. Ich bin eine Treppe nur hochgefahren. Mutter gesagt hat, dass wir da waren. Da, wo, genau, in der letzten Folge, wo wir da auch waren. Also, wo die waren. Ah, warte mal, dann sind die ein, zwei da runter, ne? Ja, ja. Ja, toll. Alter, warum finden wir hier nie das Ziel? Das ist so scheiße. Ich habe gesagt, doch mal was. Ziel. Lassen wir das Schneemobil mitnehmen. Warten wir mit Schneemobil da so rein. Hol die Geister da raus. Hä? Was war das denn? Was denn? Wurde entdeckt. Wo ist die Kamera? Ich glaube, wir bist doch unser Teamleader. Sag doch mal was. Was soll ich denn sagen? Ja, hier, Heidewitzker. Da kommt der Kaffee. Ich wurde schon wieder... Ach, da oben. Wir kennen doch nicht mal die Kameras hier. Das ist kacke. Ja, das beruhigt mich. Alter. Boah. Was war das denn? Ben, lasst du Kevin. Alter. Alter, ich habe vier HP. Was habt ihr denn da jetzt gemacht? Hä? Hä? Wer? Was macht ihr denn? Der Ben hat die Kaffee. Der Ben hat die Kaffee. Diesmal nicht ich. Ach, scheiße. Ey, Tobi. Oh, wie. Der sitzt direkt unter dir. Der sitzt direkt unter dir. Alter, wie du uns alle... Tobi, tut mir leid. Das war der beste Kill ever, Alter. Fick mich. Wo ist der denn, Alter? Heilige Scheiße. Aber einer ist ja tot. Konzentration, wir können das noch packen. Wir haben nur vier Leute. Wir sind zu dritt. Das Geisel? Ja. Ah, warte mal. Er ist genau hier unten. Warte, der ist hinten links in der Ecke, Leute. Hinten links. Ja, du hast keine Leute mehr hier. Warte, bleib, 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 bleib. Bronz, was machst du denn? Warum rennst du denn da rein, Alter? Komm, komm, komm. Lenk den ab und ich hole ihn mir. Dann komme ich jetzt mit. Wo ist er denn? Ach so? Ich dachte, Kevin wäre auch tot da. Genau. Markier doch mal kurz die Ecke. Ja, da hinten ist die Ecke. Ja, genau, genau. Okay, dann gehen wir auf den drauf jetzt. Ah! LOL! Mann! Mann! Was ist denn die Scheiße, ey? Was machen wir denn hier jetzt? Der hat nur ein Loch in der Wand. Ja, komm, Alter. Hä? Fick dich einfach. Der kann doch nicht unser ganzes Team ausschalten. Es gibt echt nicht, Alter. Ja, wo? Ja, in der Ecke. Es ist auf der Ecke, Alter. Wir haben richtig Spaß heute bei Rainbow Saints. Hey! Was? Ich hab minus 15 Punkte. Pass auf, da ist ein Loch in der... Nein! Ja, hey! Hä? Alter! Hä? Hä? Der hat hier um die Ecke guckt und so, hallo? Guck mal, guck mal. Guck mal, Ben erst mal 15 Minuspunkte. Hör dich gefickt, Alter. Hör dich einfach weggepumpt, ne? So, lass uns mal besser machen jetzt. Wisst ihr was? Wir konzentrieren uns jetzt und den Klinger. Mein bester Rainbow Six Kill aller Zeiten ist gerade passiert, Leute. Du hast mich ja nicht mehr gequillt. Ich hab, ey... Warum tötet ihr euch immer gegenseitig? Nein, nein, ihr habt mich nicht gequillt. Ich hab da gerade ein Dings hingesetzt, dass ich die Luke wegsprengen kann. Steh da drauf, er schmeißt seine Fickgranate und ich krieg mal unten. Ich hab'n Hammer, nein, ich hab'n mit'n Hammer eingeschlagen. In dem Moment, weil du hättest doch sowieso gesprengt, du Nazi-Kopf, Alter. Ja, aber doch nicht, wenn ich da drauf stehe. Ich steh da drauf, er haut das Ding an und ich steh da noch nicht. Aber bei uns lief es auch nicht besser, ich sag' nur Granate-Content. Das ist Absprache vom meisten, Alter. Alter, nach über 40 Folgen sollte es eigentlich besser gehen. Ich seh' nur den Tobi, der da runterfällt, auf einmal so pum pum, weg ist das. Ja, warum? Ey, manchmal geht das hier nicht, ne? Was denn? Ja, ich krieg das manchmal nicht angezeigt. Doch, doch. Warte, hier oben ist ne Klappe. Das hat bestimmt geil ausgesehen, ey. Oh mein Gott, ey, ich hab's so gesehen. Okay, lass mal jetzt, lass mal jetzt kommen ein bisschen, ey, ich bin total im Arsch gerade. Aber wir lassen den jetzt offen hier, ja? So, Curry. So, Curry. So, ich jetzt alleine hier unten bleiben, oder was? Mach mal Frost bei der Geisel oder so, ey. Hä? Sag. Mach mal Frost bei der Geisel. Hä? Bleibt ihr jetzt alle da oben? Okay, gut. Ich bin mit hier unten, Patrick. Gut, ich versteck mich. Okay, go. Versteck mich mal hier. Ich mach mal da hinten. Na, ich wollte es eigentlich offen lassen. Dann bleib ich in der Ecke, oder was? Na, komm ich so offen lassen. Ja, eigentlich schon. Was denn? Ja, meinst du die Tür hier hinten, oder was? Was, was denn ist? Tobi hat sich wieder in Glory Hole gemacht. Ja, schon gut. Jo, danke. Willst du dann hier die Seite machen, oder was? Äh. Vor allem glitscht der voll aus der Wand draus. Ja, warte. Hey, wer war das? Hier war eine Drohne unten in diesem Lüftungsschacht. Da ist kein Dings zu, ne? Termite. Okay, hier, hier, hier kommen die jetzt. Geh mal einer bitte nach unten, oder? Wir sind, wir sind unten. Hey, wir sind zu zweit unten. Dennis meine ich. Ja, wir sind, die sind doch zu zweit unten. Ah, fuck. Ah, ich komm mit der Schrotflinte da nicht hin, Kevin. Was denn? Ist da jemand, oder was? Ja, da ist einer. Also hier dahinten, wo wir das Tor zugemacht haben. Okay. Aber ich hab nicht die Reichweite. Wenn ich den face, bin ich tot. Wo ist der Droide? Hier. Der Droide? Der Droide? Der Droide. Der Roboter da. Aua! Hä? Der von wo? Dahinten schießt einer. Der schießt unten durch, Ben. Pass auf. Ach so. Tobi, der schießt hier hinten unten durch. Schießt er durch? Hier unten durch, durch die Luke von der... Ich hoffe, hier kommt jetzt keiner lang. Boah, diese scheiß Drohnen, Alter. Ich hasse die, man. Kevin. Das ist auch nur Witz, ey. Hier, hier, hier. Pass hier auf. Ich muss mich erst mal wieder... Lade-Magazin! Lade-Magazin! Wer wurde entdeckt? Wer wurde entdeckt? Rechts ist ein Droide da vorne. Hier unten ist Action, Patrick. Wie viele? Weiß ich nicht. Scheiße. Ich hab nur grad jemanden laufen gehört. Ich weiß nicht, ob das jetzt einer von uns war, oder nicht. Ah, lass diese Runde mal jetzt gewinnen. Hier! Ah, scheiße! Kevin ist einer rein hier bei uns in der Halle? Ja, ich weiß. Ich kann jetzt nicht einfach zu dir kommen. Bei mir kommt einer. Achtung! Boah! Alter! Da ist Patrick. Brauchst du Hilfe, Alter? Da ist noch einer! Okay, hab ihn! Nice, Patrick. Komm, drei gegen zwei! Einer ist noch oben, ne? Okay, oben Patrick. Bei der Tobi. Nice! Einer nur noch. Wisst ihr, wo der ist? Ja, der ist bei mir hier. Echt? Wartet, bleibt aber unten, bleibt unten. Ich mach das schon. Alles klar. Ich seh, der ist genau bei mir hier. Wenn der durch die Luft kommt, hab ich den. Ich muss nur up-aimen, Leute. Up-aimen! Up-aimen! Bleib mal ruhig, bitte! Genau da lang. Hä, da oder was? Jungs, sag mal bitte ruhig! Geh nach oben, Curry! Hol den von hinten! Hä, riskier doch nicht jetzt! Warum? Was sollen wir denn riskieren? Wenn einer weg ist, ja? Von uns. Dann? Dann sind wir nur zwei. Nein! Ich war, ich war auf der Treppe. Ja, Curry, der ist bei der Geisel. Echt? Hey, wie kann der denn da runtergekommen sein? Nein, da ist keiner bei der Geisel. Auf der Treppe stand ich nur. Der kam von oben irgendwo. Habe ich. Jawoll. Bam, 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 bam. Wir sind back in business, ladies and gentlemen. Hey, wie kann der denn jetzt plötzlich unten gewesen sein? Der war nicht unten. Der hatte mich von oben irgendwo. Ja, der war nicht da oben bei Dennis. Hä? Hä? Ja, Dennis, dann war der ja... Doch, doch, der war... Vorher war der oben. Ich hab den Steps gehört. Dann ist der anscheinend in dem Moment runtergegangen. Aber ich bin doch die Treppe hoch. Wie ist der dann da runtergegangen? Seltsam. Ja, wie ist denn der da runtergekommen? Ja, außen halt. Irgendwie außen rum. Spitzhacke! Wir müssen unbedingt mal das Ziel finden, ey. Das ist voll scheiße sonst. Mach mal Hände da, ey. Eins, eins. Alles klar. Ja, ist aber echt so, ey. Das kann ja nicht sein. Bronzo oder was? Bronzo heiß. Ja. Wir können es schaffen, Leute. Können wieder schaffen! Endlich das entscheidende Video beim TF auf dem Kanal. Ja. Also TF3000, der Tobi. Äh. Okay, äh, Keller. Keller, äh, Motorraum. Motorraum. Und, äh, da seht ihr, wie wir einen Döner ausgegeben kriegen, alle. Ach, scheiße. Ist schon kaputt, ne? Tobias F-Fulk, Mann. Ja, ich bin kaputt. Döner. 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 Aber Keller, ne? Die müssen alle in den Keller jetzt runter, Leute. Ja. Ja, ja. Ja. Wenn ich mal wüsste, wo hier ne Treppe ist, ey. Ja, echt. Aber ich komm da irgendwie hin. Ich komm da irgendwie hin. Die Welt ist ein riesiger Baukasten. Auch für dich. Geil für die Dichte. Jawoll. Sauber, Jungs. Das ist auch einer, ne? Also, die verteilen sich, Leute. Ja, ich sag mal, die haben nur die Luke abgesaved, weil... Das ist aber so verwirrend aufgebaut hier. Auf der du gewartet in von der Falle gerade und sowas. Jo, man Tobi, geiles Thumbnail bringt das. Nein! Vielleicht ist das. Wir haben letztens über YouTube gesprochen. Die haben einfach Ticken auf die Thumbnail gemacht. Krass, ne? Ja, aber das war ja von Patrick... Du hast es ja nicht verstanden wahrscheinlich. Was ist mit der Garage? Wollen wir hier durch, Patrick? Patrick hat ja nur ein Experiment gestartet. Oder wollen wir eins weiter oben? Das hat funktioniert eigentlich. Du kannst ja hier sprengen, oder nicht? Das ist... Das war's danach erwartet. Ja, das ist eigentlich leicht verdient. Du klickst, äh, Patrick. Ja, ich mach das ja immer. So, zack. Geil, da bräuchte ich ja nicht mal googlen. Geh weg. Ja, go. Geh nicht da durch. Ich will nur gucken. Schauen wir mal, ob hier jemand drin sitzt. Ja. Okay, die haben das nicht zugemacht, das Ding. Oh, 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 hier oben, hier oben, hier oben. Hier oben. Okay, einer muss zu Dennis jetzt da hin. Nee, zu Dennis geh ich heute nicht mehr. Okay, warte, Dennis, ich komme. Was macht ihr denn da alle? Pass auf, pass auf, pass auf, pass auf! Hä, was hat mich denn jetzt getroffen, Alter? Curry, gerade... Du musst aufpassen. Hä? Genau. Curry, rechts ist auch einer, meine ich. Toll, Tobi, das schaffe ich jetzt nicht mehr. Nee, macht ja keinen Stress. Ich weiß auch nicht, was mich da getötet hat. Aber hier macht das schon, ne? Ein, ein Eisberg. Ich glaub mal, ich hab saure. Ist da einer, Curry? Nee, ich will nur die Barrikade wegmachen. Wenn du... Okay, Tobi's down. Oh, Brunze, wo? Ja, wir sind too good. Wo du aufgeschossen hast und deinem Gang da drinne. Geh mal von der anderen Seite, Curry, okay? Ich bin doch jetzt von der anderen, ach so. Oh, da ist er, da ist er, da ist er. Lass doch Granate rein. Granate kommt. Ja, Mann! Oh, Paddy Pets. Okay, jetzt können wir runter. Der ist hundertprozentig bei der Geisel. Ja, toll, wir haben jetzt noch zwei Gegner. Das ist ja wieder geil, ey. Furch. Warte, Patrick. Ich kann das wegspringen mit der Granate einfach hier. Wenn du willst. Okay, du kannst ja drüber springen. What? Furcht. Okay, safe, ich nehm die Geisel mit. Safe mich. Ja, Mann! Ich hätt ihn jetzt auch von hinten gehabt, Alter. Mega gut. Zerbe. Aber leider liefen alle, ja. Die tun mir ein bisschen leid. Geile Teammates, Mann. Geile Teammates. Das ist eigentlich scheiße jetzt. Es müsste eigentlich noch andere Strafen gegeben in Ranked. Gibt's doch, acht Minuten. Ja, aber noch mehr. Aber dafür müssen auch die Server stabiler sein. Ja, wenn es mehrmals vorkommt bei denen, dann werden die halt gebannt oder so, ne? Für eine gewisse Zeit. Ja. Jetzt halt gehen die sich einhobeln und dann können sie wieder zocken, ey. Willst du es nicht vorher machen? Kartenraum? Naja, der Teil, der Themen gibt es ja auch, wenn sie lieben, ne? Eigentlich hat das Match keinen Sinn mehr, ey, jetzt gerade. Für uns ist das halt scheiße, was die ganze Folge kaputt macht, ne? Aber, liebe Leute, weil wir natürlich die Obergis sind, gibt es ein doppeltes Match. Was? Nein, ich hab mich da ernst. Da bin ich weg, ne? Das hab ich dir gesagt. Wie viel haben wir denn? 33. Scheiße, Mann. Okay, alles Tobi schuld. Grausala. Okay, wir kam gerade von hier. Ja, stimmt. Wir sind auch so frei. Okay, dann wollen wir doch mal schauen, ob wir hier Schönes haben, ne? Wollt euch mal Westen, Jungs. Sinnlos, was mach ich hier? Hi, Curry. Hallo, Tobi. Halt's Maul. Ey. Wo gibt's denn hier die, wo gibt's denn die Westen hier? Hä? Ich kann nicht in den Raum rein, ihr habt den zugemacht, Alter. So weh, stell dich hier so an, ja. So weh. Ja, geil. Dann muss ich hier lang. Ja. Nein, jetzt lass... Hä? Ist auch noch ein Raum? Alter, warum macht das? Lass mal die Tür auf da. Ey. Muss euch mal. Und raus. Du wach, geht's ranziehen. Bronzo, hast du irgendwo Castle schon gemacht? Du hast nicht nur einmal, ne? Ja, ich mach mein eigenes Gerät hier kaputt. Okay, dann haben wir schon Action. Na, Bronzo sperrt mich in seiner Bummshöhle an. Der Lacher. Okay, Jungs, konzentrieren gut, ne? Bronzo baut sich wieder ein Loch. Ich hab grad Kameras, aber da ist nirgends wo einer. Spielen die überhaupt noch. Weiß nicht. Ja, baut sich da auch ein Loch da unten, ey. Haha. Ja, zwei Stück halt noch. Hallo. Dritte? Ich hör jemand. Ja, es war Patrick. Digga. Also, ich guck grad Kameras durch. Ich seh nirgends wo einen. Ja. Brauch, die machen uns jetzt noch voll fertig, ey. Meinst du? Aber wer weiß. Weil ich glaub, die Kamera außen haben sie zerstört. Ja. Draußen kannst du ja nicht mehr gucken. Ich glaub, die Geiser hat keinen Bock mehr. Ah, okay. Ich hab, ich hab einen. Wo denn? Ja, das war ich jetzt. Der geht grad, der geht grad nach unten so ne Treppe runter. Ich kann aber jetzt nicht sagen wo es ist. Machst du den markieren? Der wollte ich und dann ist er grad aus dem Moment, in dem Moment aus dem Bild gegangen. Nein. Nein! Ich steck hier fest! Scheiße! Hey, du steckst in der Geisel fest, Patrick. Die ist schwanger jetzt. Sorry. Ey, die sieht aus wie... Okay, einer ist da hinten am Gang. Die haben so große Augen, Alter. Ja. Ja. Was meinst du, wie du als Geisel aussiehst? Gib mir einen Töner. Guck mal hier, Mutti. Kannst dich draufsetzen, Mann. Oh, geil. Die Granaten mit dem Arsch abfangen. Da wollte ich mich auch nicht draufsetzen. Ey, ich geh da mal weg hier. Leute! Ja, ist klar. Dennis hockst erstmal drauf. Kevin, wo bist du denn? Eine Etage unter euch. Machst du das jetzt alleine? Hör, du hast Tobi gekündet, Alter. Er bringt mich um, weißt du. Wer ist denn der Bienen? Seine Etage. Du bist so ein Rauchbeugel. Du schlägst einfach auf ihn, Alter. Mit einem Schuss vor allem. Was passiert? Wer überlegt noch sowas? Dennis überlegt nie. Mann, das geil ist, wir haben danach irgendwie gewonnen. Boah, wir spielen doch gegen einen. Geil, Alter. Wenn wir das nicht schaffen, ne? Was schaffen wir auch nicht, ich wetten. Lass mal einfach durch das Schiff rennen und einfach voll rumstürmen jetzt. Rumstürmen jetzt. Fick dich doch, ey. Ich habe ich's große Chance, Alter. Mach mal wieder. Oh, mein Gott. Die Woche kommt wieder Dislike. Was für meine große Chance? Bist du behindert? Kille abzustauben jetzt. Kille abzustauben. Ja, los da. Was ist denn mit ihm schon wieder los, Alter? Hat er wieder Kinder? Kille, wir machen jetzt Vollfestung. Okay, du gehst vor, ich geh hinten. Vollfestung? Ach, die Arschbrokade meinst du, oder was? Ich komm wieder hier runter, Alter. Oh, Tobi, ey. Das wüsste ich. So, wo haben wir denn hier? Alter, hättet ihr jetzt die Geise gekillt, ne? Was wär dann? Ich hab erst überlegt gehabt, ey. Boah, das wär so lustig gewesen. Ja, ne? Meinst du? Ich glaub, der Tori hätt sich nicht mehr eingekriegt, aber. Ja, ich hab geheulvoll lachen. Oh! Boah, der Ben! Das Let's Play aber hat ja einen bestimmten, bestimmten Sinn. Ja, es gibt ja zwei Gruppierungen. Einmal Curry und Paddick. Nee, du teilst uns nur immer so auf. Du tust immer so. Und einmal Tobi und ich, das Elite-Team und Ben. Also dreimal ich. Das stimmt doch gar nicht. Curry. Wir sind alle ein Team. Hallo, ich hab dich entdeckt. Wir können uns doch alle voll gut leiden, ey. Curry. Ja? Sing doch mal. Nee. Komm, wir rushen jetzt einfach alles so da rein. Ja, aber richtig alle. Bäh! Patrick? Patrick? Ja. Spreng nachdem. Na, der wird dann mit mir vorbeidaufen. Bleib doch stehen, Patrick. Komm, ich spreng dich lappe. Bleib doch stehen, bitte. Mach auf da hier, Patrick. Aua! Zack! Ey! Du Hurenbock! Du in der Hurenbock! Jo, bist du, Mann! Du in der Hurenbock! Ich geh ins Wasser, Tobi. Litt mich. Niemals! Tobi hat mich getötet, der Bastard! Ja. Bleu! Oh, der arme Pfeil. Guck mal! Was hast du gemacht, Curry? Guck mal! Oh, Leute! Der spielt das Spiel jetzt nie wieder. Jo, Mann, wir haben gewonnen! Jo! Das war richtig knapp und spannend! Wir gewinnen nur... Wir gewinnen tatsächlich nur, wenn wir äh... King 1 und die Gegner haben. Was viele gar nicht wissen, wir haben das Team gekauft. Ja, das stimmt. Deswegen sind die auch alle rausgegangen. Das war alles so aufgesprochen. Hä, ich bin aufgestiegen! Das ist der FC Bayern der Rainbow... Der Rainbow Sixie-Liga-Curie. Das gibt gar keinen Sinn. Egal, du wollen XXL da. Äh? Ich finde das immer geil, wenn er so in seiner Pornostimme redet. Weißt du... Ja, ne? Ja, ne? Ja, ne? Ja, Leute, wir sehen uns doch wieder in der nächste Folge. Ach, echt? Das kannst du doch nicht bringen. Ach so! Oh, locker! Kannst du doch nicht bringen! Das Problem ist... Ja, wir müssen rausgehen! Nein, Hunger! Oh! Oh! Komm, machen wir jetzt Alt-F4! Nee, oder wir müssen 20 Minuten machen. Ja, komm! Komm, wir müssen jetzt schnell gewinnen! Ey, ernsthaft? Ey, ist das euer Ernst? Wir haben eine Minute Zeit! Wir können die Runde... Was, Juri? Ach so, du willst jetzt hier... Ach so! Ach so, du willst 20 Minuten... Ach so! Okay, das schaffen wir, Mann! Das ist jetzt ne Challenge, Alter! Bahnmuseum, bitte, 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 bitte! Kommt, Leute! Bitte! Das ist meine Challenge! Ja, Mann, Alter! Juri! Ja? Hast du eine Schamhaarbehaarung? Ja! Schamhaarbehaarung! Ja! 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 Wo ist der denn? Oh! Ben sagt recht innerlich... Pettophila! Kannst du ein Bild machen? Kannst du ein Bild machen? Warum? Der Ben kennt das doch schon! Ne, mit Wachsstreifen hab ich die alle rausgerissen, ey! Boah! Aber... Die haben das schon in einem Bett übernachtet zusammen! Hä? Wieso führst du das schon wieder so aus, Ben? Ich glaube, Dennis ist voll drauf anstrengend! Hä? Hä? Abapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Du musst die Nase weggeätzt, Alter. Du musst erst mal Syphilis wegkriegen, Alter. Okay, wir haben unsere Posies, ne? Oh ja, alles zumachen, bitte, bitte, bitte. Zumachen. Wir brauchen Westen, Leute, ne? Denk mal drauf. Wir haben keine Westen. Ach. Ich hab grad genießt. Hallo, hier zumachen, bitte. Ja. Komm, Leute, 20 Minuten, go. Ja, äh, ich hab noch was Großes anzukündigen. Jetzt kommt. Nein. Hä? Wer sagt das denn? Was laberst du, Alter? Ja, nur die Feli, ey. Unterbricht mich halt. Ja, okay, mach weiter. Nö, jetzt ist es vorbei. Hallo, hier bitte zumachen, 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 zumachen. Weißt du, die Falle hier, die liegt mitten im Raum, als ob da... Ach so, unter der Klappe, ach so. Ja, wie hier. Hallo, kann ja da zumachen. Hier zumachen, bitte. Drei Kameras hab ich. Oh, Leute, nicht hier zumachen. Mach doch die Wand da hinten einer zu. Hab ich doch. Ach, Dennis, ey, komm, wir machen jetzt hier zu. Nein, 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 lass hier los. Lass die Tür los. Nein, ich will, dass Dennis da draußen bleibt. Setz die Tür jetzt los, du Fixer. Was ist mit dir los, ey? Hä, was bringt denn da jetzt ein Sender? Ich hab halt noch ein paar Sender. Okay, mach mal die, Mann. Mann. Warum stellst du denn jetzt hier einen Sender hin? Weil ich doch ganz, ey, ich hab fünf Sender, wo soll ich die alle hintun? Jetzt lass doch mal die Wand, Alter, ist das euer Ernst? Ach, ey, heu doch, ey. Was ist denn da, Leute, konzentriert doch mal. Ey, wenn jetzt noch einmal die Wand... Ich hör euch, ja, schieß dich jetzt noch. Ich reiß die runter, ne? Ich warne dich, Alter. Lass die Wand los. Wie, lass die Wand los? Wie, lass die Wand los? Lass das Tor, lass den Durchgang los. Warum stellt das Shit hier nicht hin? Ach, das ist doch alles scheiße. Es geht los, es geht los. Pssst. Oben auf der Treppe. Boah, Alter. Luke, 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 Luke. Okay, jetzt Konzentration. Dann schaffen wir die 20 Minuten nicht. Haben wir schon gewonnen? Boah, Alter. Tobi, konzentrier dich doch mal. Ey, der guckt durchs Fenster, ne? Achtung, Fenster. Hattest du dich selber mit der Granate? Das hab ich ja noch nie geschafft. Irgendwo hängt einer am Fenster. Auf, Klappe. Über uns? Ja. Boah, Alter. Ey, manchmal frag ich mich, wie das sein kann, ne? Weiter geht's. Was? Ne, der cheatet. Warte, lass den runterkommen, lass den runterkommen. Und der fällt gleich in die Falle. Wie kriegst du dich, Patrick, niemals. Warte, wenn du den tötest, bist du ein Killer, Alter. Der ist Gott. Der kommt jetzt runter. Hey, was ist denn jetzt los? Hä? Der schießt drei Kilometer daneben. Oh. Pass auf, Patrick. Lauf da hin und spring den weg. Boah! Stürmien! Nein, der stillt mag er. Nein! Hey, bei mir stehst du gar nicht. Wie kann das denn sein? Oh, nice. Alter. Ja, der ist rechts nochmal. Doch, da steht einer. Link ist auch noch einer im Raum. Nein! Oh mein Gott. Alter. Ja, was habt ihr denn gemacht? Die seid ja auch alle gestorben. Ey, das... Ey, wir sind... Ey, dieser KFH, ne? Warum denn fucking Hacker? Nur weil du jetzt gebückt gerannt bist, Alter? Ich glaub, der meint den Typ in seinem Team. Achso. Sag ich ja, der cheatet, Mann. Ja, wieso denn? Nein, komm, ey, Leute. Jetzt lass uns mal Contenance, ne? Ey, Curry. Hä? Was war das? Hast du grad Rauch im Mund? War das grad Tobi? Oh mein Gott. Irgendwas hast du mit seiner Stimme gemacht. Wer ist Tobi? Okay, Jungs, ab geht's. Ihr wisst, was es heißt, ne? Was? Oh Gott. Ne, der hat... Ne, der hat cheatet. Ja. Jungs, wir können's packen. Go. Wir machen echt immer Werbung für Perl, oder? Ja, jetzt einfach ein bisschen... Wir müssen einfach wieder in die Konzentrationsphase reinkommen, weißt du? Hallo, ich war voll konzentriert. Küche! Küche, ich hab die Geisel, hallo. Ach, Scheiß. Was, Tobi? Aber der hat einfach Scheiß. Wer denn? Der Du. Warum? My mother and my mother of mother. Weiß ich auch nicht. Wo kommen wir denn hier lang, Alter? Dahinten. Links rechts, da ja noch. Hier rechts, Tobi. Rechts. Hallo. Hallo. Wo ist draußen? Wo fährt denn der Bronze rum, Alter? Hier ist draußen in den Schneeschipp, hör mal. Guck grad, wie man hier reinkommt in die Küche. Welche Wände man nehmen kann. Okay, Jungs, go. Ja, ja. Sag doch einfach ganz, wie es ist. Du hast dich hier verfahren, Alter. Ja, doch schon drin, Mann. Ja, was ist ein Verfahren, oder? Ah, da kann man hier. Kann man hier sprengen? Ja, man kann hier sprengen, Alter. Tobi, dann spring doch mal hier. Die Küche. Ja, mach das doch mal. Zeig mal. Ja, krass. Ja. Patrick. Ne, ich muss hier mit Tobi gehen. Hä? Ja, wir sind, wir haben hier, das ist eine Sache zwischen Tobi und mir. Ah, okay. Ne, Tobi? Warum habe ich jetzt einen Schalldämpfer drauf? Das wollte ich doch gar nicht. Schalli? Patrick. Wir müssen gar nicht hoch, ey. Oh, ne, nein. Was will der denn hier? Hä? Komm, geh weg. Können wir oben, wollen wir oben? Okay, irgendwann ein bisschen. Dann kommt das oben. Ein bisschen Ruhe. Ach, hier ist gesichert. Ja. Soll ich mal aufmachen? Dann guck mal hier. Mach mal da, ey. Guck mal hier. Mach mal raus, ey. Mach mal raus, ey. Guck mal in die Rie-Gipswand hier, ey. Und fame. Hallo. Ich hab ne EMP, ich schmeiße es sofort rein, ey. Okay, da ist einer, glaube ich, weggerannt. Vorsicht, ey, ne? Und? Boah, hier sind Schweinehelften. Ja, hier ist keiner drinnen in dem Raum, hier könnt ihr rein. Hä? Och, Tobi. Voll. Dumme Idee. Okay, ich komm vom Schwein, Alter. Nein, ach, geh weg. Hast du grad ne Granate hochgeworfen, Alter? Nein, das wär extra wegen dem Schild, Tobi. Weißt du, ich wollte das Schild kaputt machen. Da ist ne Falle, da ist ne Falle direkt in der Tür drin, ne? Kann man hier sprengen? Direkt da weg da drinnen. Die Falle da in der Tür, genau. Willkommensmatte. Tobi, stürmer alleine rein. Tobi, stürmer alleine rein. Okay. Boah! Alter! Wo war der? Der ist direkt rechts bei den Christian niemals. Der hat mich nicht wieder... Wie und welches Loch der mich jetzt befindet hat. Hä? Hä? Hä, soll das denn jetzt? Voll. Hä, das war jetzt keiner von euch? Hier, das ist doch keiner von euch, oder? Hier. Nein. Nein! Boah, nice, nice. Oh, ein bisschen später, ne? Ein bisschen früher, dann hätte ich dich gerettet, Alter. Ich hab die Schritte noch gehört von ihm. Mann! Der facht die Wand an, Alter. Wenn der ist direkt rechts. Boah! Ey, das kann doch nicht sein, dass er weiß, dass ich da bin, Alter. Das ist doch ein Witz! Der kam schon um die Ecke und hat auf mich gezielt. Ronze nimmt seinen Rucksack und haut ab, ey. Ich verstehe das nicht, ey. Da war jemand. Der dich wahrscheinlich auch gesehen hat. Da. Guck mal! Der rennt einfach durch die Bude, ne? Die ganze Zeit, Alter. Aber warum ist er jetzt gestorben? Weil er den Gottmaut ausgemacht hat. Meinst du? Damit das nicht so auffällt. Ja, ja, ja. Oh, der Ben, der wird richtig gut noch. Ach, Mann, ey. Kann der Nate oder so, Ben? Äh. Hat der ein Holzbein oder was? Das stritt immer aus, so. Donk. Donk. Ja, Junge. 48 Sekunden für drei Leute. Ben, wir haben keine Zeit. Stürm die Bude. Jetzt geh links rum. Und dann nochmal rechts. Boah, wie sau sie denn. Und jetzt geht er durch. Ah, der hat wieder zugemacht. Da links. Dreck grad aus! Dreck grad aus! Dreck grad aus! Dreck grad aus! Nein! Nein! Nein, nein, nein! Werft die Schweinehälfte rein! Gieß doch! Der liegt unten links! Links, 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 links! Hey! Oh, ich hab den nicht... Halt auf! Der hat mich vorhin auch gekillt. Ach, was ist denn los, ey? Ich hab den nicht gesehen unten, Alter. Weiter geht's, nächste Runde. Aus bronzes Sicht hast du den gerade kaum gesehen und aus seiner Sicht sieht das so aus, als ob sein ganzer Körper einfach. Hm. Ja, ist echt so, ne? Ich hol mal Westen, ne? Ich mach jetzt mal Kasi hier, Leute. Okay, Westen. Sollen wir nochmal Bahnmuseum oder... Küche? Äh, nee. Küche? Küche? Lass doch, lass doch hier Dingslesesaal machen. Ah, ich lese nicht so gern. Ist nicht schlimm, Patrick. Das Problem ist, bei uns ist einfach keine Lernkurve zu sehen. Doch, die geht runter. Ach, die erste Folge war aber gut, wo wir halt aufgenommen haben. Ja. Echt? Haben wir dieselbe gespielt? Gut, die eine Verteilungsrunde. Go, weiter geht's. Man merkt halt, umso mehr Scheiße wir bauen, umso schlechter spielen wir halt auch, ne? Es ist leider so. Ja, klar. Wenn wir uns mal konzentrieren, dann geht's halt, ne? Ja, also das ist halt so ein Spaß-Team. Stimmt. Ich hab gar keinen Mute. Ja, klar. Sorry, ich hab die Westen hier hingelegt, weil ich dachte, ich hätte Mute. Hier, da sind die Westen. Wie schnell der da bei uns eigentlich bei denen, ne? Hey! Kack, haben sie die Geisel. Hey! Ich sag mal, die haben die auch, da ist einer bei den Geschenken. Äh. Alter! Können wir hier bitte noch zu machen? Zack. Warte! Ich wurde schon wieder entdeckt. Wo ist denn hier noch eine? Wo sind die Westen? Sehr schön, danke. Mach da. Drausen. Oh, Alter, wo sind die denn? Regen im Flur. Ja, wie gesagt, ich hab die aus Versehen dahin gelegt. Ich dachte, ich hätte Mute. Ach so. Ja gut, das ist scheiße dann. Okay. Ja, ich spiele immer Mute. Mach mal hier die Tür zu hier. Mach mal hier die Tür zu hier. Ach so, okay. Mach mal hier die Tür zu hier. Ach so, okay. Ne, gleich nicht. Es läuft schon, Ben. Ja, aber der hat gerade die Westen nur eingesammelt, deswegen. Ach so, sorry, okay. Okay, dann mache ich mal die Ecke hier. Hä? Ach so, du hast ein Loch gemerkt, ne? Ja, ja. Hast du keine Falle dafür? Ne, hab alle Fallen platziert. Na, guck mal der Tobi. Na, Tobi, guck mal hier mit seinem Piloten. Wissen, was unser großes Problem ist? Immer wenn eine Angreifphase ist, labern wir immer. Und das zweite Problem ist, wir laufen zu viel. Wir haben viele Probleme. Die Tür da hinten ist noch nicht zu, ne? Lass die mal auf. Ich bin hier draußen nämlich. Aber, naja, gut. Ja, Luke, 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 Luke. Hab ihn. Ich hab die Luke auch. Fickfehler, Alter. Du Fickfehler, Mann. Dennis, meinst du das ernst? Ja, bei dem meine ich das ernst. Der geht mir die ganze Zeit schon auf den Nerven. Aber vielleicht ist das voll die, voll die sympathische Persönlichkeit. So voll nett und so. Weißt du ja nicht. Okay, in dem Raum wurde gerade auch eine Luke gesprengt. Pass auf. Ich hab glaube ich gerade einen Herzstagsensor gehört. Weißt du, da oben kommt noch einer lang, Dennis? Ich hab... Also, über uns ist auf jeden Fall noch einer. Ja? Ist das von euch das Handy, was da hängt? Ja, 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 ja. Der Dennis, der hat ja mehrere davor, weißt du? Hier ist auch eine Tür, ne? Hier, mal bitte einer die Tür hier. Wo war der, Tobi? Links, oder was? Ne, ne, alles gut, alles gut. Ich bin auf die Maus ausgegeben. Leute, ihr guckt alle da auf eine Luke. Einer müsste immer abhängen. Ne, ich hab die Luke hier. Was, wo soll ich hin? Hier. Vorsicht, da hinter... Neben mir ist einer rechts. Nice. Bin fast down, Alter. Ich muss mal eben hier weg. Okay. Kann leicht sein, dass da noch immer drunter kommen, ne? Das war scheiße. Warte, ich mach das so. Okay, so geht das. Sag mal ruhig. Sag mal kurz, damit wir die Steps hören. Hört mal auf, euch zu bewegen. Wer läuft denn da noch? Gar keiner. Über uns, über uns. Äh, die... Oder? Ihr müsst eigentlich die Tür hier machen, ey. Weil der... Der kann mich so cool dann. Hä? Du hast hier jetzt, ne? Ja, was heißt, ich hab schon irgendwie... Diese Musik immer hier. Könnt ihr eigentlich besser zumachen, ey. Okay. Ja, wenn ich da jetzt zumache, bin ich tot. Nein, wenn du die da jetzt zumachst, du kannst drin stehen bleiben. Machen die denn gerade, Alter? Okay, das sieht doch ein bisschen besser aus. Okay, sehr gut. Also hier ist auf jeden Fall jemand. Was hier? Oben bei der Luke, ja. Aber die, die Richtung hab ich. Den mach ich schon. Markier mal Carrivo. Hab ich. Hier in den Raum. Ah, okay, danke, 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 danke. Tobi und ich haben die Luke hier. Ich mach mal die Tür da hinten da, ne? Genau, das ist gut abgeämmt jetzt. Ja, aber sag mal ruhig jetzt. Vorsicht, hier ist ein Dings. Hier ist ein Schild hier. Okay, Smoke. Wo, wo, wo? Da, okay. Ja, da hab ich grad ein Schild gehört hier bei uns. Doch, Tobi, um. Ich hab ihn. Oh, sauber. Ich hab ihn. In dem Raum ist einer drin, der ist grad runtergesprungen. Ne, der ist rechts, der ist ein Toter. Naja. Kommt jetzt wahrscheinlich zu Tobi und Dennis die Tür. Sich bewegen gesehen. Ja, okay. Ich bin getroffen. Von wo? Von draußen hier. Guck mal Patrick, von meiner Richtung links. Ja, scheiße. Den da drin hab ich, der ist tot. Wo ist der letzte? Der ist da, irgendwo. Tobi, Katze, bist du tot? Warte, ich mach schon. Tobi, bist du komplett? Ne, ne, ich sitz hier, ich sitz hier. Oh, Schild, 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 Schild. Das ist der letzte. Nice. Ich hab das wieder 75 HP, ey. Oh, 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 Granate. Okay, die ist gesaved. Der muss jetzt eh gleich reinkommen. Ja. Komm rein, da ist er. Jawoll, Leute. Nice. Nice, Jungs. Ja, das lob ich mir doch, ey. Das war perfekt. 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 Die ganze Konzentration wieder da, alles läuft. Was geht ab, ey. Guck mal, wir können's ja, das ist ja das Ding, ne? Ja, eh du. Aber wir wollen nicht immer. Ne, wir wollen, wir wollen nicht immer. Wäre langweilig. Das Ding, aber guck mal, lass uns mal, wenn wir, wenn wir unsere Position bezogen haben, dass wir wirklich mal leise sind und die Steps hören und auch gar nicht mehr laufen. Ja, tun wir ja, aber selbst wenn wir uns drehen, dann hört man auch Geräusche. Aber wir müssen ja auch umsehen. Ja, wir müssen ja echt mal ruhig sein, weil dann, ich glaub wir verraten uns sehr, sehr oft wegen unserer, also wegen unserer Position, weil wir uns noch bewegen und rumlaufen und so, weißt du? Und das ist für jemanden, der schon so, keine Ahnung, solche Games hier öfter zockt, halt viel, viel leichter dann zu lokalisieren, wo einer ist. Und wir machen das immer, wir trampeln immer wie Elefanten durch die Gegend, ey. Du kannst nicht, dass ihr rekruten seid. Okay. 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 Okay, Tobi. Alter, Tobi ist auf der nächsten Folge wieder dabei auf jeden Fall. Wir reißen die Runde an uns jetzt. Für immer, wenn ich wegmache. Kommt, Jungs. Wir reißen die Runde jetzt an uns. Am Arsch, Junge. Nein. Nein. Bronzes Rektorium. Die sind bestimmt Lokomotivenmuseum da oben, ey. Küche ist leer? Hm. Ja, Küche ist leer. Oh, warte mal, ich glaub, nee, auch Büchersaal, wo wir drin waren, glaub ich, oder? Nee. Nee, doch nicht. Also Bahnmuseum ist nix. Weil irgendwo hier ist es. Ich hör ganz oben was. Echt? Ja, dann ist es ganz oben, glaub ich. Ich fahr mal nach oben. Patrick. Es kann nur ganz oben sein. Hier sind sie. Hier sind sie. Ja, ja. Wir sind hier oben. Ganz oben. Okay, alle hoch. Wo ist die Geisel? Wir brauchen die Geisel. Na fuck. Eine Sekunde noch. Wir wissen, wo es ist. Wo es ist. Das ist schon mal gut. Der ganze Raum ist oben abgesaved, also. Ab geht die Party. Und die Party geht ab. Ja, 90er Kinder, alter. Mal, Alter, was war das denn? Okay, ich geh hier oben aufs Dach. Würde ich schon noch keine mehr geraucht haben, Alter. Was? Da quiekt der Tobi immer. Der Vergasung, ey. Oh, hier ist ne... Scheiße! Da ist einer hier unten. Oh. Ich hab recht gut genommen, sehe ich gerade. Okay, hier ist gesaved. Boah! Scheiße. Fuck. Alter, der hat mich mit dem Handy weggebrochen. Nein, 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 nein. Noch nicht. Nein, 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 nein. Ich mach schon mal. Der Lobby ist einer, in der Lobby ist einer. Okay, ich spreng das Ding, aber ich mach da nix. Ich bin unter dir tot. Da unten ist einer. Pass auf, da unten ist einer. Pass auf, da unten ist irgendwo einer. Der hat mich mit dem Handy weggesprengt. Oh. Ja, jetzt hat er ja kein Handy mehr dann. Ziehst du da was? Ah. Ja, der sitzt unten drinnen, in so einem Räumchen. War ein nice move von dem, aber Alter, ohne Scheiß. Ich weiß nicht, ob sich da hinten was bewegt. Der müsste links sein, Curry. Also vom Patrick links aus. Okay, Bonzo ist da unten, macht Action. Warte mal. Ja, klar. Der ist direkt unter dir, Patrick. Los, zwei Stück. Boah, ich hab dich gesaved, Alter. Lol. Hast du ihn gekriegt? Ja, ja. Ich hatte die Tür. Ich dachte, mein Leben ist vorbei. Okay, ganz ruhig, ganz ruhig. Vier Stück noch. Zwei sind auf jeden Fall gerade draußen rumgerannt. Die waren in der Lobby, irgendwo sind die rumgelaufen. Warte, geh ihn nicht hinterher. Geh ihn nicht hinterher. Bleib da. Vier Patrick, save du mal hier. Save mal die Treppe, dann mach ich das andere, weil wir können nicht alle auf einer Position stehen. Oh, das geht nicht. Ich hätte nur noch Fuse, aber das kann ich nicht nirgendwo ansetzen, ne? Das ist scheiße. Komm, wir haben noch Zeit. Ja, ja, ihr habt noch zwei Minuten, Jungs. Wer ist draußen, ne? Ne, jetzt nicht mehr. Wer ist das denn jetzt? Ich mein, unter dir ist auf jeden Fall... Ja, ich hab irgendwas auch gehört, ey. Das ist voll komisch. Ben macht keinen Scheiß. Sonst komm ich runter. Geh mit dir. Nice Ben, nice. Ich geh zu Ben. Ah, nice Ben. Gut, dass du den hast. Okay, macht keinen Scheiß. Fein draußen, fein draußen. Fein draußen. Wo ist das, wo ist das gewesen? Hier draußen ist ein Ding, ein Loch. Da kann man irgendwie reingucken. Vorsicht. Hier rechts kommt einer hoch, Patrick. Hä? Was war das denn jetzt für eine Scheiße? Was war das denn jetzt für eine Scheiße? Wo entdeckt? Jo, leckt mich am Arsch. Wo müssen wir hin? Ein runter, ne, oder? Ja, das ist die dritte Etage, glaube ich. Ach, hier oben echt? Ich bin mal nicht sicher. Fuck. Doch, doch. Ja, ja. Ja. Okay, wir müssen jetzt noch langsam ein bisschen Gas machen, weil wir haben echt ein wenig Zeit. Okay, warte, ich komm zu euch. Ich spreng hier auf, ne? Guck mal. Scheiße. Ja, ich komm hier nicht dran. Go, 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 go. Ich komm zu euch. Perfekt. Hier rechts ist einer irgendwo. Vorsicht. Wow. Ah, scheiße. Ich kann hier keine Füße. Okay, der ist dahinten in der Ecke. Dahinten ist ein Schild. Warte, wir müssen langsam jetzt. Okay, okay, wir müssen da rein. Nice. Go, go, go. Voran, voran, voran. Lass körig vorgehen. Lass körig vorgehen. Rechtse Ecke. Ben. Oder Kevin. Warte, warte, warte. Geh du nach links. Nein. Mann. Nein. Was für ein Pisser, ey. Mann, ey, das gibt's nicht. Das gibt's echt nicht. Oh, diese Scheiß-Drecks-Handys, Alter. Ich hasse sie. Ja, der hat mich damit auch getötet, ey. Äh, der hat mehrere? Nee, aber mich hat auch einer mit dem Handy getötet. Scheiße, Mann, ey. Will einer Thrust nehmen? Sonst nehm ich das mal. Nimm ruhig. Kannste machen. Ich brauch das nicht. Mal ausprobieren mit der Schroti. Dann nehm ich, äh, gut. Ja, was machen wir? Wollen wir mal Küche? Oder wollen wir auch oben machen? Ja. Wollen wir auch mal machen. Machen wir mal oben die Barlager immer. Barlager, komm, da sagst du was dran rein, ey. Warte ne Runde schon wieder hier, ne? Der Typ hat uns jetzt alle drei weggeholt, ne? Ja, ja, ja. Ja, ich bin auch zu schnell rein, aber wir hatten halt nicht mehr viel Zeit, ne? Ach, scheiße, ey. Fuck. Warte, Mann, ey. Ist ja auch wieder durch einen Eingang gekommen, ey. Da bist du auch viel trauriger als Mann. Der F ist nicht mehr dabei. Wir haben einen Mann verloren. Was? Lass ihn aber liegen. Genau deswegen müssen wir es jetzt drehen. Wo ist die Geisel? Boah, ist ja cool mit den Fallen hier. Das ist ja mega. Ihr holt euch mal Westen. Geisel ist in der Küche. Denkt dran, oben das Dachfenster, ne? Nicht statt die da irgendwie, äh, wen wegholen. Aber dann werden die sowieso durchgucken. Deswegen, das können wir, das können, damit rechnen wir ja jetzt. Die zwei Drohnen haben mich schon mal zerstört. Ey, wieso Rüstungspaket nicht vorhanden? Ach so, gehen wir. Fuck. Nicht, dass die Geisel in die Falle noch läuft. Guck mal, wenn er dann hier reingeht, sofort in die Falle. Weil er nur auf die Geisel achtet. Fünf Sekunden. Weg. Ja? Ich werde mal oben das Fenster angucken. Wenn da jemand kommt, dann ist er tot. Oder ich. Sollen wir jetzt hier bleiben? Ja, ja. Bleib mal hier. Ich könnte noch die Wände der Geisel safen. Ah, wobei, das bringt nichts. Hier könnten wir aber safen. Hä, wer unter die Wand? Ach so. Warte ich, äh, warte ich noch auf die Wand hier? Warte ich. Die daneben. Oh, der Bunker. Ja. Das kommt, zeigt euch. Mensch. Ben, kannst du die andere Tür auch noch so safe machen hier? Ja. Boah, die gehen echt nicht aufs Dach, oder was? Das ist aber nicht klug, was wir hier machen. Warum? Egal. Ich kann, ich kann auch bei der Geisel noch mit rein. Ne, ist zu spät jetzt. Der Raum ist zu. Ben, kannst du noch die Tür hier auch safe machen? Alter, hier ist alles komplett zu, bis auf die Tür. Hä? Hab hier grad meinen, wo ist mein Sprengsatz? Der ist kaputt. Ja, die haben EMP geworfen. Ja. Schild ist draußen, Curry? Ich weiß aber nicht wo. Äh, in, 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 oben, wo die Bar ist. Ich bin nochmal gespannt, ob die Idee gut ist. Hier Curry, hab ihn markiert. Oh nein! Ja, da war die Idee nicht gut, ey. Okay, ich fällt es down. Sonst, Patrick, da ist direkt neben dir ist noch einer. Nice, nice, Patrick, nice. Geh ruhig ruhig ruhig. Boah. Guck, dass die Smoke geschmissen haben. Zwei Leute noch, zwei Leute noch. Wir können das packen. Mega gut, dass die Smoke geschmissen haben. Fuck hinter mir. Letzter verbleibende. Ash war das oben am Fenster. Sorry, Curry. Ich hab grad gedacht, du bist ein Gegner. Sorry, Curry. Jawoll. Ohne Scheiß, wenn die keinen Smoke geschmissen haben, wären wir drauf gegangen, Alter. Ja. Selber schuld. Gut gemacht. Nice, Patrick. Boah. Alter, wär ich fast rot gewesen. Ah, die Schrotplinde von Frost ist mega. Boah. Was war das denn jetzt, ey? Ne, ich glaube, hinter mir ist grad, hinter mir ist was echt. Ja, ja, das war die Ash, die hat den Pfeil geschossen und in dem Moment hab ich die getötet. Ey, das war eine scheiße Idee gewesen, aber die haben da auch nicht mitgerechnet, dass wir zu dritt in den kleinen Raum sind. Ja, das stimmt. Das war eigentlich der Raum of Doom, Alter. Aber, der Rauch war cool, ich konnte mit der Schrotplinde einfach da rein sprayen und, ne? Ja, ich hab auch einfach reingesprayt. Okay, dann mach ich jetzt mal die Ash. Das war ganz gut eigentlich. War schon gut. Mann, 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 das ist ja prima, ihr war bei RainBee. Ja, gut. Ist noch nichts, noch nichts gegessen. So, ich kann ja noch facken, ne? Alter, wie geil. Stellt euch mal vor, wir würden das jetzt in Unterzahl drehen, weißt du? Boah. Stell dir mal vor, Tobi wird das jetzt sehen. Das? Ja, ich stell dir mal vor, Tobi wird das jetzt sehen. Weißt du, der weint jetzt gerade wegen Walking Dead oder so, aber stell dir vor, er wird das jetzt sehen. Tf, ey. Okay, Jungs, ab geht's, Mann. Ab geht's. 3 Tage wach. Curry ist so ein richtiger Anführer, so weißt du, bei RainBee. Ja, ist echt so, Mann. Curry, Mann. Von Milchbubi zum Anführer. Ja, ich liebe euch auch. Die Curry-Elite-Harvard-Studie. So werdet ihr zum besten Rainbow Six-Spieler. Jetzt das neue Do- und Rüstenbuch holen. Also unten sind sie nicht, oder? 101 Fakten über Rainbow Six, die ihr noch nicht kanntet. Ich geh mal, ne, ich geh mal nach oben. Ja, ja, ja. Okay, ganz oben beim Dennis. Ganz oben? Oder? Ist er Action? Ja, da ist einer. Ja, 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 ja. Aber noch keine Geisel. Dann ist es... Ne, das ist glaube ich nicht die Küche wieder. Nein! Nein! Ne, das ist nicht die Küche, das ist falsch. Bahnmuseum. Bahnmuseum? Ja. Die haben nur oben die Lukes gesaved. Ja, die haben die Luke nur gesaved. Die sind ganz ausgebufft, hör mal. Ausgebufft. Boah, Weihnachtsmarkt, ne? Krass. Okay Jungs, ab geht's. Ist ja bald wieder soweit. Echt so? Guck mal, wir haben schon wieder bald, bald März. Moment, die Folge rauskommt. Warte, ich brauch mal was. Weihnachten, ja. Januar 2018. Ich kann mal ein bisschen Action hier machen. Bahnmuseum, sagst du? Ja. Warte mal. Hast du einen Laser, Dennis? Ja. Oh, ich dachte, okay. Hier sind die Torine, ne? Ich hab nichts mehr. Hier sind die Torine, ne? Hier ist die gesaved Wand. Ja, was machen wir jetzt? Komm, ich hab mal die Panzer gesprengt. Ich hoffe, wie das ja durchgucken kann. Ich kann da durchgucken, aber ich seh halt. Dennis, hier, ich bin schon in einen Raum weiter. Das ist aber ein bisschen gefährlich, was ich jetzt hier mache. Ich springe jetzt mal die Wand, ne? Wenn du willst. Okay, pass auf. Der ist echt ein Raum weiter schon? Ja, natürlich. Du kannst hier rein, der ist frei. Aber ich springe jetzt hier. Warte, 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 lass parallel springen. Guck mal ganz rechts habe ich schon einen Sprengsatz. Da ist die hier rausgeworfen, alter. Ja, aber das bringt ja nichts. Ja, aber das bringt ja nichts. Ja, aber das bringt ja nichts. Ja, doch zwei, die wissen nicht, wo die hingucken müssen. Drei, zwei, eins, zwei. Nein. EMP. Was ist denn? Ah, scheiße. Moment, ich mach, ich mach kaputt. Ne, da ist niemand, Ben. Brauchst du nicht. Alter, du sprengst. Doch, einer ist da. Okay, okay. Hier oben ist einer auf der Treppe, glaube ich. Scheiße. Ja, scheiße. Einen habe ich hier laufen sehen. Bam. Nice. Ich bin leider hier festgesetzt. Alter. Nein, von wo? Kann ich nicht jetzt sagen. Ach, Treppe, Patrick, da ist Treppe. Der ist die Treppe, wo ich gerade herkam. Da ist der. Der ist, pass auf, der ist am Treppenhaus. Genau da, da, da ist der irgendwo. Pass auf. Der ist oben, der ist oben hochgegangen oder unten. Irgendwo hat er sich positioniert. Yes. Was? Fuck. Oh, Alter, das gibt's doch nicht. Ich hab damit so gerechnet, dass irgendwo noch außerhalb einer ist. Was für ein Headshot, ey. Warte auf, rechts kommt einer von der Treppe oben, Curry, weißt du? Ja, ja. Ganz ruhig. Vier Stück noch. Oh, nice Curry, nice, Alter. Nice Shot, Alter. Außerhalb ist einer, passt auf. Da muss er rein, Alter, du siehst nix. Okay. Ganz ruhig. Okay, komm rein. Oh, Patrick, ruhig. Nicht Risky, Mann, Patrick. Da ist noch irgendwo einer. Ah, Patrick, bei mir. Einer vom eigenen Trupp. Einer ist da aber auch noch im Raum. Ach, shit, ich hab ihn doch gehört, ey. Der kommt links, 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 links. Ja! Boah! Nein! Hä? Hä? Ich dachte, der wär tot, Alter. Ich hätt's auch gedacht. Der war nur down, ey. Oh, Gott, ey. Mega knapp. Schade, 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 schade. War das Matchball? Ah, ja, ja. Ah, gut, die Konzentration ist jetzt da. Das kann nur besser werden, Freunde. Können da drehen auch irgendwann mal. Genau, und das war deine XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Das ist gut, wenn du besser wirst, wenn du niedriger wirst, dann wirst du besser. Ja, süß. Wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge von Rainbow Six Sieg. Mit Tobi dann wieder. Ja, Tobi, hör mal. Hey, bis dahin, liebe Freunde, ciao. Raus in die Lobby. Tschüss.